Ja und damit herzlich willkommen liebe Freunde zu einer neuen Ausgabe Let's Play Word of Warcraft äh ne Quatsch Instinct Ha wir sind ja hier stehen geblieben ähm joa im Nachtelfenstartgebiet immer noch nachdem wir ja nun in der letzten Folge dann angefangen haben ähm mit der neuen Staffel und jetzt wollen wir erstmal gucken äh was haben wir zu tun außer nichts scheinbar irgendwie mhm das ist jetzt strange Questlog ist die Questverfolgung aus? Dreck Thanks so äh pff mhm mhm blablabla genau warum mir das jetzt nicht angezeigt wird ich hab keine Ahnung aber auf jeden Fall müssen wir jetzt hoch zu dieser komischen Höhle mit den Spinnen die Höhle existiert ja nun auch schon seit Anbeginn WoW Zeit also das ist jetzt nichts Neues an Quests ja wie gesagt wir sind ja immer noch in der Iron Man Challenge wir dürfen immer noch eigentlich ähm nichts und irgendwie mhm könnte jetzt hier mal in meinen Questgeber auftauchen und der irgendwie nicht da ist hm und irgendwie leckt's heute extrem und ich weiß nicht warum da ist sie ja so zwölf komische Spinnenkirn pff no problemo wir haben jetzt so ne Olle dabei die ich glaube uns heilt wenn ich jetzt recht in der Annahme bin bams juhu Spinnenbeider wuhuhu da kommt definitiv Freude auf mhm ja wie gesagt äh wie auch schon bei dem ersten Instinkt Projekt ist das ja so der Anfang ist noch keine wirkliche Herausforderung lustig wird es erst ab Level 10 aber ja da hatten wir auch schon in Westphal glaub ich ordentlich mit dem Leben zu kämpfen damals gehabt ich werde dann hier natürlich ganz gechillt an der Dunkelküste weitermachen hoff ich gechillt und wie gesagt ich bleib so lange ne okay das hab ich noch nicht gesagt ähm ich möchte gerne so lange wie möglich in Questgebieten verharren hat irgendwie was damit zu tun dass ich gerne ähm ja nicht unbedingt mal mit gelben Quests oder sowas rumrennen will sondern ruhig mit ähm ja es kann ruhig alles mein Level äh ich möchte gern mit meinem Level voraus sein sagen wir mal weil ansonsten hm ich könnte doch schneller vorbei sein als mir liebt ist aber okay BAMS und wir kriegen schon wieder einen Invite den würde ich eigentlich ausstellen BAM 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 auf welchen Teil des die wirklich so für anstex addressed und wurde die Screeching wiritäten anstex in der haben in hull ich und das macht gut Schilden kommt Flasche also unser das erhält Zauber nun kommt inneres Feuer und erst wenn wir unsere den Schattenbaum auswählen allerersten müssen Schanz zu ich glaube sind hier schon ganz gut gelaufen die Bühne bisher weiß das auch weiß und weiß ist gut weiß wollen wir haben so zu machen und schönen dann wird Gedächtnis Stab so und wir müssen natürlich hier die Schatten umbauen was auch sonst da steht ein Totem what the fuck hä? hat denn dieses Totem hingestellt? keine Ahnung gibt mir meinen Umhagen ich bin darauf angewiesen ja das ist natürlich auch eine schöne Neuerung Bequemlichkeit wir werden teleportiert damals hätte man sich sowas echt gewünscht damals warum wird mir verdammt nochmal nichts auf der Karte angezeigt? was hier ist 뜻 hingedet egal wir müssen jetzt a das ist auch so eine der älteren Quests Wir müssen jetzt, ähm, so eine Brunnen besuchen und da so eine Kristallfiolen immer wieder mit Wasser befüllen. Das wird dann auch, zieht sich durch das komplette Startgebiet durch. Ist nichts Neues, im Gegenteil, es ist, ähm, verdammt halt. Ja. So. Alter, wie viele Tiere hier rumrennen? Ich bin ja überrascht, geflasht. So. Flup, und da haben wir das Wasser. Bam, 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 ah, mir werden Quests angezeigt. Ja. Ich bin doch ohne Quest-Tracker total aufgeschmissen. Nein, eigentlich nicht. Dadurch, dass ich ja die meisten Quests alle sowieso kenne, hm. Hab ich das schon? Jo. Flup, flup, flup. Ja, Iron Man Challenge, wie gesagt. Was haltet ihr eigentlich davon? Habt ihr eigentlich auch mal Bock, irgendwie sowas zu machen? Das würde mich auch mal interessieren. Das könnt ihr mir ruhig mal schreiben. Ähm, würde mich schon interessieren. Jetzt wirklich? Ähm, warst du auf dem Baum in dem Raum? Und der Top of Others ist hier. Ja, auf dem Baum. Aber da haben sich auch was Cooles einfallen lassen. Damals war das ja so, da hat man mehrere Quests bekommen. Man musste immer diesen blöden Baum hochklettern und wieder runterklettern. Und da haben sie sich zumindest fürs Runterklettern was einfallen lassen. Finde ich ganz nett vom Blizzard. Und zwar werden wir dann einen Buff bekommen, womit wir ganz sanftmütig da hinunterschweben können. Yes! Gott sei Dank. Wie gesagt, immer diesen Baum hoch und runter laufen war schon echt anstrengend. Man hat sich dann versucht, schon durch diverse, ähm, winzige, hier, kleinen Hänge, versucht runter zu seilen. Nach und nach, aber das ist dann meistens auch in die Hose gegangen. Ich sehe schon, nein, wenn... Mensch. Ich will gar nicht wissen, wie lang wir wirklich die ganze Zeit brauchen werden. Ich werde jetzt Umhänge ausständig. Hasse Umhänge. Mh... Ich weiß gar nicht, bei wem sehen Umhänge gut aus. Das ist echt... Hm. Doch ein bisschen klassenabhängig und rassenabhängig, finde ich. Aber okay. Ist ja jeden seiner Meinung. Farewell. So, die typische bringen das ins nächste Dorf-Quest, ähm, die man in jedem Startgebiet irgendwie bekommt. Womit man so seine ersten Sachen zum Trinken und zum Essen, ja, erhält. Je nachdem, was man braucht. Wir nehmen natürlich das Wasser mit. Weil, wir werden Mana brauchen. Viel Mana brauchen, glaube ich. Ich will gar nicht wissen, wie oft wir uns dann da heilen werden. Wir müssen tot heilen und, ja. Aber mit dem Shadow sind wir eigentlich schon mal ganz gut dran. Das Gute ist, dass man zum Beispiel mit Fähigkeiten wie Gedanken schinden, wird der Gegner automatisch ein bisschen verlangsamt. Das hört sich vielleicht ein bisschen, naja, noch nicht so doller an. Aber ist halt, ähm, doch ziemlich überlebenswichtig. Wenn man aus der Entfernung schön auf Range einen Gegner so langsam dahin schindet und der einfach zu lange braucht, um einen zu erreichen. Das passt schon, das ist gut. So, und da gibt's auch schon wieder noch ne Quest, ey. Ist ja geil hier. Ach ja, die. Hast du die Sammelquest? Ja, war die Sammelquest. Don't touch me! Ich sag mal, in Englisch haben die echt coole Stimmen. Und echt witzige Aussagen teilweise. Ich glaube nämlich, ein Deutschen hätte der nicht gesagt. Fass mir nie an. So. Machen wir gleich mal weiter hier. Das will ich haben. Das verwundert euch nicht, dass ich nicht jeden Müll einpacke, aber... Ich will ein bisschen Taschenplatz auch versparen. Wenn ich ja da unten zum Verkäufer... Ach, scheiß drauf, nirgends. Das Essen. Hm. Hm. Oh, das ist Spider. Hm. 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 Nicht weggelaufen. Bleib doch bei mir. Bäm. Ich hab's berührt, es gehört mir. Schön, wenn man verfehlt. Genau, das brauchen wir. Bäm's. Und tot. So, die Federn haben wir komplett. Jetzt brauchen wir noch einmal so ein Spinnennetz. Und wir brauchen noch die Fangzähne des Nachtseblers. Die zwei. Oh, das sollte man auch noch hinkriegen. Ich freu mich schon, wenn ich reiten kann. Nachtsebler reiten. Hm, hm. Hm, überlege ich. Ja, ich hätte dann erstmal absichtlich meinen Ruhestein definitiv hier ablegen. Also in Danasos. Dann. Hat nur was wegen eben quasi auch unseren Reittieren zu tun. Und da ich mich ja sowieso ein bisschen mehr auf, ähm, Kalimdor diesmal rumgucken möchte, ist das denke ich schon ganz cool. Aber die Musik hat es auch noch würde. Da sind wir jetzt Excuse. sind wir ein kleines ganzen谷民ents ívelver clerk. Wir haben auch noch in diesem Fall vorgemike��었던 Eigentlich dannwooden das Poland und der nie einfachmetros fleshled or 셋izione in das was sind? meine favorisiertes musik ist eigentlich irgendwie immer noch seit anbeginn die sturmgipfel und ich habe niemals 50 quest abgeschlossen das könnt ihr mir nicht erzählen aber ich habe sowieso das gefühl dass dieser erfolg total buggy ist ja meine favorisierteste musik ist immer noch aus den sturmgipfel also die finde ich ja immer noch sowas von awesome und wie gesagt nachtelfen gefällt mir auch ziemlich gut und ihr könnt mir ja mal wenn ihr bock habt schreiben was so ja welches gebiet euch so am besten gefällt musikalisch her da gibt es ja wirklich so sehr viele geile tracks hier wie gesagt und dieses die musik die hier im hintergrund läuft das jetzt auch erst mit kataklisten noch mal neu eingefügt worden für die nachtelfen die könnt ihr euch ja mal komplett anhören einfach mal night elves kataklisten reinhauen bei youtube und hört euch das ding an das ist übergeil das ist auch übrigens der song den ich in episode 1 hier von instinkt in meinem intro eingebaut habe also nur so rein informativ oh ja die typische flugquest wollen wir die machen die machen wir wir haben uns den rundflug über barren über terrasse immer machen ja was vielleicht nein nein und das ist so schön das ist so gut wenn ich jetzt nur wissen wo man das eingestellt hat ne 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 ich hab keine ahnung wo das war auf jeden fall nervt es das ist auch geil kein Plan, das mach ich das suche ich mir noch mal ganz in Ruhe raus warum heute alles so ein bisschen lecky ist, verstehe ich auch nicht ach, das Portal Mensch, bist aber ein bisschen spät gespawnt ich glaub im Hintergrund ackert der schon wieder man fragt mich nicht was er macht hm wir gehen erst Nachthilfen welcher Wappenrock sah cool aus der war lila ach der war schwarz der war schwarz fuck wie ich hab keine 10 Silber aber ich will doch einen Wappenrock haben unbedingt ja, Quest-Items Quest-Items Miet brauchen wir noch wollen wir nicht und es recht trotzdem nicht egal äh ne leck mal heute na was gibt Erfahrung so und wieder einmal zurück witzig oder ja, für die Leute die es nicht wissen hier die Danassos und alles wir befinden uns gerade auf einem eigentlich riesigen Baum nur mal so damit das mal gehört habt für die die das halt nicht kennen Teldrassil also dieses dieses Eiland auf dem wir uns ähm kann ich aber zeigen eigentlich hier befinden ist ein riesiger Baum und wir befinden uns gerade in der Krone falls ihr das mal so im Ganzen sehen wollt wie das ausschaut mit Teldrassil dann macht euch einfach mal den Witz und fliegt mit dem Greifenmeister ähm hierhin nach Uteran nicht durch das Portal gehen sondern mal wirklich mit dem Greifenmeister hier runter fliegen nach Uteran und dann könnt ihr mal diesen Baum in all seiner Pracht sehen und das ist echt mal sehenswert ich glaub das ich weiß gar nicht das gab es damals nicht dass man da hochfliegen konnte man hat das nie so richtig sehen können das haben sie auch erst mit Kataklyssen jetzt eingefügt und das ist schon echt cool wie gesagt das fetzt schon so jetzt gebe ich hier nur noch die Quest ab und dann joa haben wir es für heute auch geschafft und dann geht es in der nächsten Folge natürlich weiter wir haben schon fast Level 6 es dauert also auf jeden Fall könnt ihr euch drauf einrichten für die die das nicht kennen und mein altes Instinkt mal gesehen haben es wird ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen dieses Projekt weil wir haben keine Twinklamotten an wir werden nichts irgendwie außergewöhnliches an ja irgendwelchen guten Gegenständen haben wir werden die ganze Zeit mit grünen Items rumlaufen mit weißen äh Quatsch mit weißen und mit grauen Items und dat ist alles ein bisschen joa kostet natürlich Zeit Bombs 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 ja warum ich das jetzt hier mache ist ähm folgendes ich will doch noch das Level Up wenigstens haben ja hab ich nur gedacht töten wir mal Viecher die wir sowieso brauchen stirb auch wenn sie nichts droppen wollen was wir brauchen nette Viecher doch so jetzt kann ich schon berufstelle in den Feierabend gehen ja Level 6 schön schön haben wir wieder ein bisschen was geschafft und beim nächsten Mal geht es natürlich dann fleißig weiter und dann arbeiten wir auf das nächste Level auf die nächsten Level hin und auch hoffentlich auf das Ende des Startgebiets damit wir dann schön in der Dunkelkeste weiterfällen können und unser Leben wangen damit das hier nämlich auch mal dann richtig irgendwann los geht alles klar liebe Freunde, na dann, bis zum nächsten Mal wenn es wieder heißt Instinct und ich wünsche euch noch einen angenehmen Feiertag, bye bye, euer Tomex